ja und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge let's play minecraft v the beast infinity nein das war mal richtig falsch aber mal richtig falsch habe ich mir überhaupt nie in acht hat willkommen zurück zu einer weiteren folge let's play skyrim so jetzt habe ich in folge 34 und diese folge müssen wir am anfang erstmal kämpfen denn der penner meint uns hier töten zu müssen sau arsch der ok das wird das noch mal zurück so hast du gehört frau er hat nein gesagt hör doch mal zu frau ja ein ornament ja haben wir ja tschüss gib mir mein geld gib mir mein geld halt die fresse und gib mir mein geld ja für manche ist es für mich sind es schätze ja für manche sind es rammisch für mich sind setze amulett von zenith hart das nicht mehr mit so mal gucken ob wir jetzt immer noch das haben was wir eh hatten der geringen Ausdauer nö aber das ist nicht schlimm das kriegt man nicht wieder raus so die kannst du haben das kannst du nicht haben das kannst du haben die kannst du alle haben die, die, den behalte ich den kannst du haben die kannst du alle haben die, 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 die die behalte ich die kannst du wieder alle haben zwergenrüstung der großen veränderung die behalte ich auch immer schön einfach schon aus dem Grund weil es eine zwergenrüstung ist das kannst du haben die kannst du haben ich fühle mich so als wäre ich eben schon mal gewesen das kann weg ja die behalte ich das kann alles weg der Wein kann auch weg so mhm 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 ist das weg weg Gott haben wir viel Scheiß hier drin Wolfmeeres Leithagen für Langfinger aha sonstiges das kann weg 19 ah die bringen mal ganz schön viel verkaufen wir noch 4 davon jetzt hat er gesagt noch ein bisschen Geld vielleicht Pelagius Hüft genommen alles klar ich stell's einfach nicht in Frage so wie viel können wir denn 12 haben wir jetzt noch irgendwas was vielleicht 1 bringt nein gut dann behältst du jetzt 1 Gold genau von mir aus den kann ich nehmen den kann ich nehmen den kann ich nehmen oh Entschuldigung lass mich nach draußen lass mich nach draußen lass mich nach draußen lass mich zur 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 Wache gehen ich will mich doch nur stellen hallo hier Wache red doch mit mir red doch mit mir ok nochmal laden ich krieg nochmal zu viel hier jetzt sind die Sachen wieder weg oder was er hat nein gesagt Frau hast du es nicht gehört zum dritten Mal so ja wir haben es gefunden ja red mit mir ja red mit mir red mit mir man ich geh nochmal kaputt hier ja kommt 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 hat er jetzt wieder irgendwas brauchbares oder ist es alles brauchbare inzwischen weg magie ristens geil er hat jetzt einfach gar nichts mehr was ich brauchen kann war rein gar nichts ja da können wir trotzdem mal die ganze scheiße verkaufen die wir nicht brauchen so das kann alles weg ja und das kann auch weg jetzt hat er kein Geld mehr auch in Ordnung und jetzt gehe ich nach draußen und ihr könnt mich mal am Arsch lecken hier drin so einfach ist das und ich gehe jetzt mein Mikrofon weiter mit nach hinten damit ich mich zurücklehnen kann das ist doof jetzt habe ich das Mikrofon im Gesicht okay kein zurücklehnen eh Sekunde so jetzt habe ich das Mikrofon wieder weiter unten akzeptabel weiter unten so wie muss ich denn jetzt wie muss ich denn jetzt woher gehen was müssen wir jetzt machen äh ne das können wir mal gerade machen aber das mit dem Mikrofon ist mir auch scheiße also wieder gerade hinsetzen und Mikrofon wieder drehen so jetzt sitze ich wieder gerade zurücklehnen ist nicht mit dem Mikrofon gerade Karate jetzt müssen wir nach Einsamkeit blauer Palast danke Origin der blaue Palast ach so hier bin ich hier will ich ja mal gar nicht hin hier will ich ja mal gar nicht hin hier will ich ja mal gar nicht hin nee so du 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 wo ist du da falscher Schrei ganz falscher Schrei der war sowas von falsch ich kenne euch doch wartet ich kenne euch doch nein das ist ganz nun das Kopfgeld für euch ist nicht allzu hoch also gut verschwindet hätte ich wache alles in Ordnung naja du hast mich gerade gehen lassen von daher bei mir ja kann man nicht beschweren so jetzt sind wir hier in Einsamkeit das ist geil das ist toll das ist kein Falsschaden gewesen haben wir noch was wir verkaufen können wie viel Geld 8000 jao ist in Ordnung wo ist denn hier der Zauberschuppen warte mal wir müssten dafür vielleicht mal gerade ein bisschen warten bis es eine halbwegs respektable Uhrzeit ist die göttliche die leiter die Götter dann bin ich euer Mann jeder braucht Arbeit richtig ich habe gute Arbeit für euch gute Arbeit ja ähm uh ein Helm uh grüne PNG Wände Hi. Nein. Na klar, ist da ein Türgriff dran. Alles andere wäre ja auch komisch. Ist es nicht so komisch, weil es noch so früh ist? Ja, ist es. Okay, alles andere wäre jetzt auch ziemlich komisch gewesen, wenn es um ein Uhr noch sehr grünlich... Gott, verdammt. Ganz vorsichtig. Okay, ich bin unten angekommen. Wir haben gerade das Lagerhaus der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft entdeckt. Das ist immer hinter uns gewesen, da. Da und da. Aber das ist uns jetzt egal, da wollen wir nämlich hin. Wir wollen jetzt dort hinten hin. Zu den Menschen, die dort hausieren. Was ist da drüben? Ist es da drüben der Ostengraf? Ne, ich glaube nicht. Ne, ich glaube nicht. Ne. So, wo müssen wir jetzt hinlaufen? Ist es geradeaus oder rechts rum? Hm, also hier schon mal nicht. Vorne war eine Schlammkrabbe. Da sind Fische. Das sind Hawker. Ja. Ihr könnt mal schön da bleiben, ihr Säcke. Ihr könnt mal schön da bleiben. Danke, Origin. Für diese schönen Hintergrundgeräusche. So, da scheinen auch die Hawker zu sein, da vorne. Was ist denn hier? Olde Kreckin. Oder Kreckin. Olde Kreckin. Was willst du denn? Bist du sicher? Ich bin mir da an deiner Stelle nicht so sicher. Aua. Aber nicht für mich Aua, sondern für dich. Das kommt davon, wenn man sich mit mir anlegt. Noch irgendwer. Rot-Waredonen-Stiefel. Alles klar. So, und dann gehen wir hier mal rein in die Olde Kreckin. Olde Kreckin, glaube ich. Krr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr-Kr Schwere Rüstung, schwere Rüstung, schwere Rüstung, schwere Rüstung, alles klar. Wir kriegen ja den totalen Bonus. Den totalen Bonus. Den nehmen wir mit, die nehmen wir mit. Und das war's, wir müssen hier noch eine Truhe. Den nehmen wir mit, dat und dat und dat. Und wer will was? Du kriegst es auf den Maul. Du kriegst es auf den Maul. Alle beide kriegt er aufs Maul. Geh mal mitten in die Fresse rein. Tomaten, Salz, nix. Ja, ich. Sucht mich wer? Wenn ja, komm nur ran. Junge, gibt das Klatsche. Na, wie ist es so? Zu sterben. Verreck und baff. Einmal schön oben. Den Skalp gespalten mit der Org-Axt. Jetzt hab ich's. Jetzt geht's mir wieder gut. Find ich dann Gold. Ich will die Klammkrabbe haben. Die ist cool. Kollege, mach mir bitte nicht so viel Schaden. Muss ich jetzt was trinken? Das ist doof. So, wo ist denn was wir trinken? Äh, Heilung. Da. Na? Prinzessin? Funkel? Funkelfee? So. Jetzt ist mal am Tod. Ist hier sonst noch irgendwer, der hier Stress will? Da ist ne Truhe. Mhm, mhm, mhm. Ist hier noch irgendwo ne Truhe? Da unten vielleicht? Nö. Nö. Dann geht's hier wieder hoch. Was ist das? Warum ist das? Mhm. Warum sieht das aus, als wäre ich halt irgendwo noch was? Aha. Was ist das? Adept. Ach, das kriegen wir hin. Dietrich übrig. 99 plus. So einfach ist das. Zack. Erstmal schön. Get rekt. Da ist noch ein Trank. Hier lebt noch irgendwo einer. Da, komm her. Zack. One Hit. So einfach ist das. Schlüssel. Mhm. Was ist das? Ein Buch, was uns nichts beibringt. Ich will eigentlich in die Schatulle reingucken. Hallo. Da. Leer. Mhm. Wundertrund des Ritters. Alles klar. Mehr hat's hier nicht dabei? Mehr ist hier nicht? Doch, da. Ungewöhnlicher Stein. Alles klar. So. Okay, Leute. Dann war's jetzt hier für diese Folge. Heul die Kreckin. Wir haben's immer noch nicht geschafft zum Dings zu gehen. Zu dem Leuchtturm. Aber egal. Das machen wir in der nächsten Folge dann. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Skyrim und so. Folge 34. Und Tschüss.